Was habe ich schon nicht gesagt? Die Reste habe ich schon zusammengecraftet, ja, ich brauche nur noch die... Ne, ich bräuchte drei Eisen, weil mit der Steinspitzhacke, ne, da... Ja, kannst du die aus dem Ofen nehmen, kannst du die aus dem Ofen nehmen. Das würde ich mir dann ein bisschen schwer. Oh, ist das schön, wenn nur einer penning gehen muss. Auf jeden Fall. Wakey, wakey, rise and shiny. Good morning, everyone. Ja, kannst du das Eisen da rausnehmen, müsste eigentlich noch fünf, ne, also sieben Stück drinnen sein, glaube ich. Ich brauche nur drei. Ich sag's ja nur. Sollte vorerst mal reichen, ne? Eine Spachizhacke und ich werde mir noch eine Steinaxt machen und werde gleich mal die ersten Kisten aufstellen. Mach das. Kann ich endlich dieses komische Bücher aus meinem Inventar rauslegen. Jep. Die Kuh neben mir hat komische Geräusche gemacht. Ich glaube, die habe ich angefurzt. Die mag dich. Ach scheiße, ich habe... Achso, das war aber der ganz normale Rubberbaum, an dem man nichts ernten kann. Wenn ich dich mal anfurze, dann heißt das nur, dass ich dich mag. Ah, okay. Ist das ein Akt der Liebe? Es ist ein Akt der Liebe, ja. Nochmal. So, nochmal Rubberwood, das ist schon mal gut. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen, ja. Clean for it brauchen wir nicht, oder? Weiß ich nicht. Ja, straight nach unten, Brüttel. Ach komm, die Kohle lasse ich jetzt da unten, ist egal. Ender mit. Mein Rubber. Kohle hier oben. So, dann gucken wir, was wir daraus Kisten schon craften können. Eine kleine Bleibe brauchen wir dann bei Zeiten auch noch. Ja. Ich dachte, die bauen wir aus Kohleblöcke. Aus Kohleblöcke eine Bleibe? Ich bin doch kein Kaminkehrer. Achso. Ich dachte. Ah, Laufpack! Ohne Laufpack kein Minecraft. Ja, aber natürlich. Wäre ja bei dir langweilig. Ja, also das muss einfach drin sein. So. Ich bau jetzt nicht alle Kohle ab hier. Ich bau nur das ab, was wir brauchen. Das brauchen wir gerade nicht. Doch. Das auch nicht. Hallo. Das hier. Aha. Gucken wir hier. Eisen. Das Holz. Monster. Eventuell die Bücher. Im Moment nicht brauchen. Ich höre hier Monster, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Wer ist hier Monster? Solange du noch keine Stimmen hörst, ist alles gut. Doch. Eine, die erzählt mir die ganze Zeit irgendwas. Halt dich jetzt für ein Gerücht. Ich habe nichts gemacht. Hier habe ich doch die Kohle abgearbeitet. Oder habe ich die hier abgearbeitet? Bin ich jetzt im Ofen? Ach. Ich bin an den Crafting Tablen. Ärger mich doch nicht so. Ich ärgere dich nicht, Blaze. Oh ne, du doch nicht, ne? Niemals. Das würde mir niemals in den Sinn kommen. So, da haben wir noch Kerze. Aber die Holzkiste, genau. Raus hier. Raus hier. Raus, raus, raus. Da oben kommen wir her. Du hast hier nicht so die beste Gegend für den Höhlen ausgesucht, ne? Naja. Irgendwann haben wir eine Quarry. Dann ist das egal. Ja, bis dahin müssen wir aber jetzt noch hier suchen. Ja klar. Anders geht's nicht. Wo bin ich jetzt da gerade runtergegangen? Hier. Ah ja. Dann nehmen wir das noch mit. Nach unten. Ich habe sowieso gleich die Befürchtung, dass ich auf böse, böse Monster treffe. Gibt es keine lieben Monster? Nein. Nicht in Minecraft. Sie hassen mich. Na, so klar. Pilze. Bienen. Hm. Schwammerl. Schwammerl. Zack. Ach, die Kohle bleibt mir hier. Toll, das ist auch wieder eine super Höhle gewesen hier. Super. Super die Höhle. Also ich habe glaube ich eine gute gefunden, ne? Das dachte ich auch erst, aber dann war es scheiße. Hier geht nichts wirklich weit rein irgendwie. Immer nur so ein kurzes Sub. Und dann der Ende. So, was haben wir denn hier? Kalsit. Ja, habe ich auch schon mal gehabt. Ich, äh, was ist denn hier? Auf alle Fälle schon mal einen fetten Höhensammel bekommen. Also die ist auf alle Fälle größer. Okay. War alles mit. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Magenta, Florid. Liebe Zuschauer, am Anfang müssen wir natürlich jetzt Ressourcen sammeln. Das ist klar. Hält uns aber nicht davon ab, dass wir dann irgendwann richtig große Maschinen bauen. Ja, das stimmt. Oh, Tin. Hier habe ich das Ohre, was ich suche. Vielleicht kommt da mal das bei raus. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das Ohr says no. Ja. Ich habe jetzt noch mehr davon. Mal gucken, dass ich irgendwie das rauskriege. Ich muss irgendwie das rauskriegen. Die Höhle jetzt noch weiter hier und dann fange ich oben an den Quinestone zu bauen. Wobei man doch relativ früh auf die Smeltery gehen kann, ne? Ja. Pink, Flurie, ding, bla, blub. Ich gucke da mal gleich, wenn ich wieder oben bin. Wir haben ja noch ein bisschen Eisen. Ich werde, denke ich, auch noch ein bisschen was finden, ne? Copperberry Bush. Boah, ist die Höhle riesig, ne? Hier, nehmen wir mal direkt mit. Habe ich den jetzt kaputt gemacht? Was hast du kaputt gemacht? Nicht kaputt machen. Den Copperberry Bush habe ich, glaube ich, kaputt gemacht, anstatt den abzumachen. Oh, es gibt roten Sandstein. Ja, nice. Nice, auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden mit dem Modpack richtig, richtig Spaß haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir hatten ja damals in TechEd auch schon so eine Menge Spaß, bis auf das, dass die Quir irgendwann nicht mehr wollte. Aber das war einfach, das war eine Mod-Version. Das war ein Problem mit der Version von Minecraft. Das war damals, glaube ich, noch. Oh, Lava hätte ich auch gleich gefunden. Ist zwar nur ein Eimer. Hatte ich auch schon gerade gesehen, ja. War besser als nichts. Was waren damals TechEd noch? Pass auf, ich bin jetzt auf der 164 im Moment in dem Modpack. Ja. Boah, das war auf alle Falle zwei Versionen früher, glaube ich. Irgendwie sowas, ja. War das nicht 1, 2, 5? Ach, wo ist die Scheißspinne hier? Das kann sein, ich weiß nicht. Boah, so viel Wasser. Das muss ich ausmachen, das Wasser. Sonst habe ich hier keine Freude, nicht. Also, ich habe hier eine Riesenhöhle auf jeden Fall noch. Hier ist auch noch jede Menge Eisen drin, sowas. Aber ich habe jetzt keine Fackeln mehr dabei. Ich habe mir noch neue, auch noch ein paar Crafts. Ich will auch gleich nach oben, ich will jetzt, aber egal. Jetzt mache ich hier noch weiter, eben kurz. Ich kann mich nicht entscheiden, wie immer. Wo kommt denn das Wasser her? Ist das nicht immer so? Aber mein Spielzeug ist jetzt auch schon fast kaputt, von daher entscheidet sich das gleich von selber. Ah, hier kommt das Wasser her. Zack. So, Zertusquartz. Sehr schön. Ich baue den Crown Storm gleich, ich habe schon alles davor vorbereitet. Jo, vergiss nicht die Kurbel zu bauen. Ja, ja. So. Ich bin ja schon fast wieder am überlegen, ob ich hier in dem Modpack nicht deine kleine Schummeltaktik ausprobiere. Ein bisschen Licht. Ja. Ich verliege es auch gerade. So, für die nächste Aufnahme vielleicht. Könnte man machen, ne? Wäre eine Möglichkeit, ja. So, Sinn auf alle Fälle mitnehmen, ist ganz wichtig. Brauchen wir, denke ich, am Anfang auch gut. Ich denke auch, ja. Dass wir uns die erste Lava-Engine machen. Oder beziehungsweise, ich glaube, Steam-Engine war das. Mit Lava läuft. Ach, da hinten nicht der Buscher noch rum. Ich sehe gar nicht, ich habe ihn gar nicht abgebaut. Der liegt noch da. Ich konnte noch nicht aufsammeln. Okay. Auch was Schönes. Ja. So. Oh ja, ich freue mich schon wieder auf hier meine bunten Spitzhacken. Auf der WG. Nun deswegen spielen wir dieses Modpack. So, jetzt habe ich dieses Ding auch ausgesammelt. Gut. Aber Tita, das kann man hinterher Dings machen, ne? Ja. Was? Dünger und sowas, ne? Du musst eigentlich... Äh, ja. Wie gesagt, brauchen wir dann auf alle Fälle für die Forest Tree Mod. Ja. Wie komme ich jetzt nicht wieder raus, wo ich hier reingegangen bin? Mein Gott, das ist doch ein riesen Höhlenkomplex. Bin ich von hier gekommen? Ja, ich habe auch gerade so ein riesen Ding gefunden, ne? Ja, ich gehe jetzt mal nach oben erstmal. Ich denke mir, was hier unten noch was hervorstellen muss, aber mein Spitzhack ist gleich mit 25 Schlägen kaputt. In 24. Ähm. Dann doof, wenn man hier bleiben will. So, da haben wir nochmal vier Dust. Nice. So, Moment. So, was hätten wir hier noch? Da bin ich schon rumgelaufen. Ah, da hätten wir wieder schöne Bienen. Die der Raza unbedingt machen möchte. Hm. Daumen hoch, wenn Blaze das machen soll. Ja, ist schon gut. Wo ist denn unser Lager gewesen hier? Äh. Hättest du mal einen Wegpunkt machen sollen? Was? Langweilig. Bist du in der Nähe vom Lager? Ja. Na gut, ich sehe ich auf der Minimap. Ach, hier ist unser Lager. Ich lege mich mal ins Bett, ne? In deins. Naja, tut dir keinen Zwang an. Du hast dich jetzt schön aufgestellt. Wo soll das Uree rein? Äh, in die allererste von links. Alles klar. Wenn du davor stehst. Wow. Alles klar. Verstecken, verstecken. So, das nehmen wir mal kurz raus hier. So, dann müssen wir mal hier, ne? Bauen wir mal. Zahnrad, fünf Stones. Und noch schön viel Eis. Wieso geht das nicht mit den Zertus Quas, das nicht? Müsste. Tja, müsste. Äh, du brauchst aber Stone und Cobblestone, ne? Ach, unten ist Cobblestone. Ich sehe es auch gerade. Unten ist Cobbl, ja. Das muss einem auch gesagt werden. Das sieht ja ähnlich aus in den Deckschepäck. Ach, da ist er ja. So, ein bisschen, ja. So, den bauen wir mal auch irgendwo gerade hin. Hier sehen, ich schon alles gefunden habe hier. Ach, du Scheiße. Du kannst dich diesen Busch nicht hier platzieren. Muss ja auf Stein wachsen. Kann das sein? Möglich. Aua. Blödes Ding, Gesterben. Moment mal. Also schön am Eisen abbauen, ne? Dann kommt das Skolett. Das Skolett, genau. Ich kann den Busch dann nicht pflanzen. Ich weiß nicht, wie man den Busch pflanzt. Ähm, möglich, dass er auf Stein oder so ist, ne? Ja, hab ich schon irgendwie ausprobiert. Egal. Egal. Mehr Kupfer, mehr Eisen. Das ist gut. Weißt du, wie die Kupel heißt? Äh, auf Englisch ist das immer so ein Problem, ne? Ja, eben. Ähm. Warte mal, müsste das nicht beim Grindstone mit dabei stehen? Das wäre ja schön, tut es aber nichts. Aua, Aua. Nicht in der Öle. Wurde die mit Sticks gemacht? Ich glaube schon, ne? Ja, die wurde mit Sticks gemacht, ja. Moment, ich hab die sicherlich gleich. War die so? 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 Das war die Entenantenne. Darf ich jetzt vielleicht mal hier? Boah, ich sterb gleich hier. Drei Herzen noch, ne? Und nichts mehr zu essen dabei. Ich muss hier raus. Die Entenantenne? Ja, Entenantenne. Ich könnte mir so eine, so, okay, ich könnte noch so machen. Ach, da ist er doch, oder? Was ist das? Wooden Crank. Genau, die Crank war's. Ich bin so gut, ne? Ich bin so stolzhaftig. Das sollte es auch sein. Gucken wir, was zu essen. Haben wir noch irgendwo was? Ich brauche auch schon wieder was. Haben nichts mehr. Weißt du, was ich jetzt als allererstes mache? Ne, was? Bevor ich jetzt weiterfarme, ich mache uns ein Feld. Okay. Kupfer, Aluminium. Zack, zack, zack. Die Kohle können wir da auch mit reinschmeißen. Genauso wie das hier. Und dann würde ich ja fast sagen, ich mache noch eine Kiste. Ich habe Spaß. Für die ganzen Dust-Kacker hier. Ich habe Spaß. Beim Kurbeln? Ich habe Spaß beim Kurbeln. Ach, schön machst du das. Gibt es auch mal? Ne, danke. Muss nicht unbedingt sein. Ist aber schön. Ist schön entspannt. So, kein Essen mehr, ne? Ne, aber nicht mehr. Okay. Dann brauche ich jetzt erstmal noch ein bisschen Eisen. Ja, wir können gleich zwei Eimer machen, weil es egal ist. Okay, eben nicht. Ich bin nur am Kurbeln. Hast du da auch schon drin? Ich bin nur am Kurbeln. Vielen Dank.